Die Asta Party ist ja auf jeden Fall auch für gerade unsere Studenten was Besonderes, weil der Hochschulort des Lernens sich quasi in eine große Party-Area verwandelt und ich glaube für ein paar schlappe Euro so große Livebands zu sehen wie zum Beispiel die Doonuts ist glaube ich für alle ganz cool. Dieses Jahr die Asta Party am 11.11. stattfindet, also quasi im Winter haben wir den Außenbereich ein bisschen verkleinert, aber das scheint die Leute trotzdem nicht abzuhalten, auch draußen Party zu machen. Ansonsten haben wir altbewährtes kombiniert mit ein paar neuen Sachen, ein paar verschiedene DJs, Hearing Fall zum Beispiel ist war eine altbekannte oder eine altbewährte Band hier auf der Asta Party. Da haben wir dann zum Beispiel noch einen Studenten-DJ dabei, das ist DJ Train, der studiert hier auch an der Jade Hochschule. Die Janicki Jones und die Shortcut sind zum ersten Mal hier auf der Asta Party. Ich glaube wir haben hier im musikalischen Bereich so ziemlich alle Musikrichtungen abgedeckt und ich glaube dass die Leute hier ganz viel Spaß haben. Ohne die ganzen Leute, die jetzt gerade im Asta gewesen wären, wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Und da sieht man wieder, dass ein gutes und kompetent Team sehr wichtig ist und wir hoffen mal, dass wir im nächsten Jahr auch eine coole Band kriegen. Deutschland noch einen Untertitelung. BR 2018